Setz dich sanft aufgerichtet in eine angenehme Position, die du auch einige Minuten halten kannst. Das kann auch auf einem Sessel sein, wenn dir das angenehmer ist. Wichtig ist, dass dein Oberkörper aufgerichtet bleibt. Schließe die Augen und beginne die Meditation mit dem Satz, hier sitze ich jetzt, hier sitze ich jetzt und lass ein sanftes Lächeln in dir fließen. Atme ganz sanft ein und stell dir vor, ich atme Leichtigkeit ein. Ich atme Leichtigkeit aus. Ich atme Freude ein und ich atme Freude aus. Ich atme Verbundenheit ein. Ich atme Verbundenheit aus. Ich atme Dankbarkeit ein und ich atme Dankbarkeit aus. Und fühle jetzt die Leichtigkeit in deinem Körper, in jeder Zelle. Stell dir vor, dass die Leichtigkeit in jede Zelle hineinfließt. Dann fühle die Freude in dir und du kannst dir auch sagen, ich bin Freude und fühle, wie die Freude jede Zelle füllt und in jede Zelle fließt. Und lächle ihr zu und dann fühle die Verbundenheit und und spüre, wie die Verbundenheit in jede Zelle fließt. Ich bin Verbundenheit. Dann fühle das Vertrauen. Fühle, wie das Vertrauen in jede Zelle fließt. Ich bin Vertrauen. Ich bin Vertrauen. Ich bin Freude. Ich bin Zuversicht. Ich bin Leichtigkeit. Und dann lass ein Lächeln mit Gewissheit, dass du Freude bist und Leichtigkeit und Zuversicht. Lass ein Lächeln in jede Zelle fließen. Und dann fühle Dankbarkeit in deinem Körper für all das, womit du jetzt gesegnet bist. Und lass die Dankbarkeit ganz tief in jede Zelle fließen. Ich bin Dankbarkeit. Und fühle, wie die Dankbarkeit in jede Zelle fließt. Und jetzt lass ein Segen in deinen Körper fließen. Du kannst jetzt auch die Hände auf deinen Bauch nehmen. Und du lässt Dankbarkeit und einen Segen zu dem Kind, das in dir heranwächst hinfließen. Und du bist dir bewusst, dass die Leichtigkeit und die Freude und die Dankbarkeit und die Zuversicht auch bei deinem Kind angekommen sind, über deine Vorstellung. Und du kannst noch einmal diese Energien von Leichtigkeit und Zuversicht, Geborgenheit und Dankbarkeit zu deinem Kind zu deinem Kind fließen lassen. Und dann fühlst du die Verbundenheit mit dem Wesen in dir. Und mit deinem Lächeln sagst du in dir den Satz, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Fühle dich geborgen. Ich bin für dich da. 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 Du hast dich da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin für dich da, fühle dich geborgen. Und mit einem Lächeln und dieser Gewissheit, dass ihr beide geborgen seid, kommst du langsam wieder zurück und öffnest behutsam die Augen.